Schweizerischer Landessender Bäromünster Wie oft am Montag heisst es wieder einmal «Albisser fragt», eine Radio-Bäromünster-Sendung mit und von Christian Albisser. Das ist Radio Bäromünster und mein heutiger Gast ist Rolf Tschuppi-Tschuppert, langjährige Stimme von Radio Pilatus, heute Barbesitzer und Kulturförderer. Das muss man schon so sagen. Tschuppi, seit rund 18 Jahren bist du dein eigener Chef in der Wunderbar des Luzern. Du bist vom Radio zum Barkeeper geworden. Was hat dich damals getrieben? Es war schon so, dass ich langsam vom Radiomachen genug hatte. Es war eine wahnsinnig geile Zeit. Ich bin anderthalb Jahre nachdem, als die Lokalradio überhaupt in die Welt gerufen wurde vom Roger Schawinski, bin ich dazu gekommen. Und damals hatten wir natürlich absolute Narrenfreiheit gehabt. Wir konnten mehr oder weniger machen, was wir wollten. Wir konnten Musik ablassen, was uns Spass gemacht hat. Ich weiss, ich habe als Musikredaktor manchmal auch den Stern-Themoderator gekommen. Ich wusste, der hört lieber Rockmusik. Da ist halt ein AC-DC drin. Oder ist einer gekommen, der lieber ein bisschen Country hatte. Da ist mir ein Country-Stück drin. Und irgendwann kam eine Zeit, wo der, der die Zahlen befehlt hat, was für Musik gespielt worden ist. Das hat mir nicht mehr so gepasst. Und dasselbe war, ich war lange auch für Ausgehtipps, für Kultur bei Radio Pilatus zuständig. Und dort hat man Ausgehtipps gemacht, was interessant war, was die Leute interessiert haben. Sei das Märchen Bühne in Stanz gewesen, oder sei das irgendwie eine kommende Idee gewesen, oder sei das ein Jazz-Konzert an der Rüsssonne gewesen. Und dort ist auch plötzlich einmal Zeit gekommen, wo der Haut mehr um die Finanzen gegangen ist, von den Lokalradios und auch von den Zeitungen. Da hat es geheissen, wir machen noch ein Ausgehtipp, wir machen noch ein Interview mit denen, die auch Werbung schalten. Und dann irgendwann hat man dann gefunden, das ist nicht mehr das, was mehr Spass macht. Und ich komme ursprünglich aus einer Beizer-Familie, habe mir das zwar ganz früher nie zutraut, und ich stehe eigentlich, früher bin ich lieber auf dieser Seite der Theke gestanden. Aber irgendwie hat mir das immer Spass gemacht. Da hat es ein Haufen Sachen, wo wir persönlich Hobby und Beruf haben zusammen tun können. Ich trinke gerne Eis, ich schnarre gerne mit den Leuten. Ich sage, vielleicht habe ich eine Stube mit Bierhahn und ich kann da meine eigenen Sachen organisieren. Sei das zusammen Sport schauen, sei das Konzert, sei das DJ-Übung. Und so hat sich das einfach gegeben. Und jetzt machen wir das seit ein bisschen mehr als 18 Jahren. Ich mit meiner Frau zusammen, übrigens mit Doris. Und das macht immer noch richtig Spass. Ich weiss noch, die Zeit, wo es darum ging, dass du die Bar übernimmst, haben wir auch noch so ein bisschen gequatscht und so. Und du hast gesagt, ja, jetzt machen wir das einmal so irgendwie 5 Jahre oder so und dann schauen wir dann weiter, oder? Jetzt eben, über 18 Jahre, also bist du noch nicht müde in dem Fall? Nein, das nicht. Jetzt kommt langsam mein vorgeschrittene Alter. Ich sage, vielleicht zweieinhalb Jahre werde ich HIV-positiv. Aber meine Frau und ich haben uns abgesprochen und so 5, 6 Jahre wollte ich es noch machen. Es sind 18 Jahre daraus geworden, also am 18. September sind es 18 Jahre gewesen. Und es macht wirklich immer noch Spass. Und es ist immer wieder etwas Neues. Und in dem Leben, wo wir jetzt führen, ist es immer so, du denkst, du hast alles so erlebt. Aber irgendwann kommt wieder etwas, das hast du wirklich noch nie erlebt, sei es gut oder schlecht. Und die Begegnungen, die wir da drin haben, das ist einfach Gold wert. Das ist ja unglaublich, oder? Jeder kennt den Schuppi und du kennst auch jeden, oder? Wer sind denn deine Gäste, die da bei der Wunderbar rein und ausgehen? Das ist total unterschiedlich. Ich sage viel, das ist vom Ex-Junkie bis zum Bankdirektor. Es hat auch jede Hautfarbe da drin. Es fährt jeder bei Null an bei uns. Und wir haben nicht das allzu junge Publikum. Also unser Durchschnittsalter da ist so ein bisschen 40, 40 drauf. Und wir merken, wir sind auch ein bisschen ein Auffangbecken von Leuten, die früher gerne an einem Standtisch sind. Es gibt auch immer weniger Standtischbeizen. Und obwohl wir in Bar sind, die Leute treffen sich da drin. Ich sehe das vor allem, wenn wir in der Aparo-Zeit drin sind, so am Abend um 5, 6, 7 Uhr. Wir haben wirklich 1'000 Quartierleute, die sind 85 gewesen. Die kommen jeden Abend in das Einleit Wissen trinken, die schnorren miteinander. Zum Beispiel einer ist im Doppel-Olympiasieger-Hypoliit-Kämpf, seinem Vater, der da im Quartier wohnt. Der ist 87, wenn es mir recht ist. Hoffentlich hört er nicht zu und findet sich ein Ex-Junkie, falsch gesagt. Aber er ist ein wahnsinnig geselliger Typ und er kommt so gerne da rein. Er redet mit allen Leuten da drin. Und wir sind da drin nie alleine. Und das schätzt man, glaube ich, bei uns. Und ich glaube, das macht es auch wahnsinnig aus, dass man da drin sich treffen kann. Er ist gleich, wer man ist. Du hast vor der Wunschtaube gesprochen, oder? Der Platz in deiner Bar ist ja ein bisschen begrenzt, sagen wir es mal. Ich sage jetzt nicht klein. Trotzdem gibt es bei dir nicht nur etwas zu trinken, sondern eben auch ganz häufig wieder ein Konzert oder Sport schauen kann. Oder eben DJs, oder? Du bist ein unglaublicher, ein kulturbegeisterter Mensch. Aber trotzdem, was ist deine Motivation? Wenn man jetzt so sagen kann, ja, du hast einen kleinen Raum. Also ich meine, da schaut es nicht wahnsinnig viel aus, wenn du ein Konzert veranstaltest, oder? Im Gegenteil. Also ganz ehrlich, mit den Konzerten haben wir noch nie Geld verdient. Das ist ja schlimm geworden da, jetzt, wo da die ganze Pandemiezeit gekommen ist, wo wir da wirklich gemerkt haben, dass das einfach wegfällt. Dass wir es einfach nicht mehr machen können. Erstens einmal, wo die Musiker nicht auftreten können. Zweitens, wo die Leute nicht kommen können. Aber für uns ist es eigentlich immer gewesen. Wir haben die kleinen Bühne da hinhalt und haben am Anfang gefunden, ja, da kann vielleicht mal ein Duo spielen gehen. Aus einem Duo ist es mal ein Trio geworden. Und das Trio hat noch zwei Sängerinnen mitgenommen. Und Weltrekord-Toynes sind Chico Torpedos gewesen. Ich bin elf Musiker und das auf, was sind wir da unten, irgendetwas 63 Quadratmeter mit der Bar. Und das ist schon wahnsinnig. Aber die Leute lieben es. Und wir selber auch. Wir haben natürlich schon ein bisschen gute Konditionen. Und über die 18 Jahre und vorhin habe ich auch schon kulturelle Sachen gemacht. Ich war in der Musikabteilung des Open RM Eschenbach. Ich habe am Blue Balls Festival zu etwa zwei, drei Jahren Spitzali mitgearbeitet. Und in den Schuern hinten habe ich mal ein bisschen etwas gemacht. Und ich habe das Rechtsnetzwerk von Musikern und vor allem etwa so ein bisschen Blues-Bereich hinein. Und dadurch kommen natürlich Musiker, wenn sie einen Softatum haben, fragen sie mich manchmal an. Die spielen in Europa, teilweise sind die Amerikaner oder sie sind irgendwie auf dem Schweizer Tournee. Und sie haben einfach nur ein oder zwei Übungen, wo sie nichts haben. Und dann suchen sie eben so kleine Lokale wie uns. Sie wissen, da ist es gemütlich. Wir nehmen niemanden Leute weg. Also wenn sie jetzt am Morgen würden in Zürich spielen oder in Basel spielen, weil das ist einfach zu klein, dass man den anderen Konzertveranstalter Leute wegnehmen könnte. Und sie wissen, da ist es ein Fest. Es ist friendly, sagen sie so gern. Und dadurch kommen sie natürlich teilweise Vergager, die ich niemandem darf sagen. Sie sind froh, dass sie natürlich fein essen können, dass sie eine Übernachtung haben. Und dass sie da auch nicht nur ein Bier bekommen, sondern dass sie auch guten Whisky trinken können mit uns. Und da mache ich gerne auch zwischendurch mal mit. Und ich glaube, das wird geschätzt. Und dadurch machen wir das. Und das ist schön, wenn man Leute wieder trifft. Die Musiker sind nicht Musiker, die hierher kommen, sondern sie sind Freunde. Und ich habe auch über das Internet zum Glück, ich habe ein Riesennetzwerk, das Spass macht. Ich gehe gerade die nächste Woche wieder auf Berlingo-Freunde besuchen, Musiker, die ich jetzt schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Und es ist einfach schön, Freunden da drinnen zu beherbergen und Tätig zu bedienen, die unsere Freunde auch gerne haben. Du hast es am Anfang eben angesprochen zu dieser Corona-Zeit, auf gut Deutsch gesagt der Scheisszeit. Seit zwei Jahren, wo wir da drinnen strecken. Der Gastro-Bereich ist neben der Kultur eigentlich jetzt der Bereich, der besonders betroffen ist. Hast du in diesen zwei Jahren nie mit dem Gedanken gespielt, um zu sagen, wisst ihr was, lecken dir wir alle irgendwo? Mal vor allem im zweiten Lockdown haben wir uns das natürlich schon überlegt, weil wir haben wirklich ein paar Zehntausend Franken verloren und es ist eine sehr, sehr mühsame Zeit gewesen. Also wir haben persönlich praktisch keinen Lohn am Anfang bekommen, weil wir einen GmbH haben und zwar selber angestellt sind, aber als es uns gehört hat, ist es relativ lang gegangen, bis wir das Geld bekommen haben. Aber wir haben natürlich auch die Verantwortung vom Personal. Also bei uns arbeiten gesamthaft etwa neun Leute, aber teilweise wirklich nur kleine Stellenprozente. Wir haben einfach das erste Mal geschaut, dass die vor allem das Geld bekommen. Und im Gastgewerb, was viele Leute nicht wissen, ist es ja so gewesen, die Leute haben zwar 80% übergekommen, aber im Gastgewerb bleibt man auch von den Trinkgeldern. Also die haben teilweise fast 50% Einbußen gehabt, vor allem die, die am Wochenende gearbeitet haben. Und wir haben geschaut, dass die vor allem über die Runden gekommen sind. Wir konnten es irgendwie stemmen, auch ein bisschen mit privatem Geld. Aber wenn ich jetzt vielleicht noch 45 gewesen wäre und nicht schon 62, dann hätten wir vielleicht den Bettel hergerührt. Obwohl es sehr, sehr weit da hat. Aber jetzt in der jetzigen Situation muss ich sagen, also bitte, bis ich da wirklich einmal aufhöre und vielleicht wieder einmal ein bisschen mehr reisen gehe. Solange machen wir das noch, weil es macht eben immer noch Spass. Aber Existenzängste habt ihr nicht gehabt in dem Sinn? Existenzängste habe ich nicht gehabt, weil ich von der Verwandtschaft her ein bisschen Rückendeckung hatte. Weil persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du so eine Bar hast, kannst du nicht grosses Geld auf die Seite tun. Und da hätten wir wirklich langsam müssen schauen, was wir würden machen. Aber ich habe wirklich durch meine Verwandtschaft können sagen, du, kannst du mir das nicht auslehnen. Und ich habe zwischendurch Geld bekommen können, das sie eigentlich mir später vielleicht einmal vermacht hätten, wo sie gesagt haben, da kommst du jetzt mit warmen Händen. Das ist eigentlich auch noch ein persönlicher Arrasch, so zu sagen. Aber trotzdem, ihr seid immer wieder aufgestanden, Toris und du. Also da habt ihr mal Gutscheine verkauft, oder mal in der Zeit, in der wir noch nichts haben dürfen machen. Nachher der Biergarten. Und der Sommer war nicht so Biergartenwetter, aber trotzdem. Ich nehme aber auch alle mit diesen Ideen und so. Hättet ihr nicht kompensieren, was ihr sonst eigentlich gemacht habt? Nein, kompensieren haben wir es nicht können, aber was uns sehr zu gut gekommen ist, und das gehöre ich mir jetzt von vielen Leuten. Ich bin ja auch in den sozialen Medien ein bisschen unterwegs und alle Leute sagen mir, ihr habt nie geklönt. Ich habe zwar auch gesagt, was mir nicht passt, ich habe zwischen die drei Tage geschrieben, das und das sei es eigentlich. Aber wir haben doch gesagt, das machen wir, das schaffen wir zusammen. Und die Leute, unsere Stammgäste, die haben uns wirklich mit Gutschein käufe, mit guten Wurz, mit der Psyche ganz am Anfang weg. Also das Extremste war ja eben dort, wo das Wetter am Anfang schlecht war und wir nur noch nicht draussen sein durften. Also was dort die Leute uns besucht haben, verrossen waren, die Jacken angelegt haben. Also wirklich, es hat fast quer geregnet und sie haben noch fünf Gin Tonic getrunken verrossen. Also das ist fantastisch gewesen. Und das hat uns so Mut gegeben, weiterzumachen. Und es ist, glaube ich, nur mit allem miteinander gegangen, mit dem positiven Denken, mit unseren guten Gästen und eben mit Geld, das uns ein bisschen eingeschossen worden ist. Die Friedenigäste, das ist das, was einen motiviert, oder? Weil sonst müsste ich schon irgendwie sagen, hey, hallo, was mache ich da, oder? Also das wäre das Schlimmste. Und ich weiss, es gibt auch andere Betriebe. Also denen geht es weniger gut. Also teilweise haben die auch Groundfinding gemacht oder haben andere Sachen gemacht, aber die haben nicht die Rückendeckung gehabt. Die haben nicht so viele Stammgäste. Eben, das kommt uns alles zu gut, dass wir vielleicht, weil wir nicht nur die haben, die jetzt ins Trendlokal hinein gehen, sondern die, die über Jahre hinweg in ihr Stammlokal gehen, eben, die noch in eine Stammkneipe hinein gehen. Und ich glaube, das macht es wirklich aus, dass wir haben überleben können. Und die Leute sind von Anfang an weg wieder zu uns gekommen und sie sind wieder da. Es ist noch nie so, wie es vorhin gewesen ist. Aber das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Leute halt ein bisschen vorsichtiger sind. Sie wollen im Moment gar nicht unbedingt in ein Lokal hinein, wo die Pumpen fallen ist, oder? Eben, du sagst, es ist noch nicht gerade so gut, oder so, wie es vorher gewesen ist. Jetzt gehörst du ja in der Runde um, oder? Der ganze Seich zu Österreich, Verschärfungen, Deutschland wird früher oder später auch da hineinkommen. Wie gehst du jetzt mit dem um? Oder weisst du, denkst du, jetzt einfach gerade für morgen, oder man steht auf Hasnach vor der Tür, wo ja, sagen wir mal, so ein bisschen sein offizielles Zentrum bei dir stattfindet, oder? Ich nehme mal an, das ist recht schwierig zu planen, oder? Also, es sind jetzt gerade ein paar Sachen, die du mir darauf ansprichst. Also, das Planen, das ist schon so, wir machen jetzt irgendwie so Monat für Monat. Also, ich denke auch, ich denke nicht, dass sie noch einmal zutun. Das können sie nicht mehr machen, und ich glaube, das werden sie auch nicht mehr zutun. Aber es kann sein, dass der halt wieder um 12 Uhr zu ist, oder dass wir halt 2G haben, oder irgendetwas. Das heisst, wir planen wirklich von Monat zu Monat. Du hast vielleicht in unserer Konzertvorschau angesehen. Wir hatten jetzt mal bis Ende Dezember, jetzt habe ich zwei Konzerte, wie die Rieto, Anfang Januar. Wir haben inoffiziell schon Bands eigentlich abgemacht, bis im März oder so. Aber ich habe einfach gesagt, so anderthalb Monate Vorlauf müssen wir haben, dass Musiker sich darauf einstellen, dass sich unsere Gäste darauf einstellen können, dass die Konzerte sind. Aber weiter aus planen wir nicht. Und Pfasnacht ist ein anderes Thema. Also, ich bin immer in Kontakt mit Pfasnachtsgewaltiger. Sie kommen da ans Gästefil da rein. Das letzte Mal haben wir alle Altsumpfmeister zum Weisbe da drin gehabt. Und das Pfasnachtskomitee hat ja gesagt, sie wollen die Umzüge machen. Sie wollen sonst in den Beizen, eben mit Zertifikaten und so. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn eine Zertifikatspflicht ist an der Pfasnacht, da habe ich mich auch schon mit anderen Beizen abgesprochen, dass wir müssen kontrollieren, das ist nichts für uns. Ich glaube, es ist nicht hundertprozentig und es könnte sein, dass ich mich noch ändere, aber ich würde, glaube ich, in den 10 Tagen Ferien machen und ging irgendwo hin. Ich bin zwar ein riesiger Pfasnachtler und letztes Jahr, ich bin noch nie so traurig gewesen, glaube ich, auf höchstens ist irgendjemand im Umfeld von mir gestorben, wie wo die Pfasnacht nicht war. Weil ich habe seit ich 5 Uhr war, habe jede Pfasnacht mitgemacht, ausser die letzte. Aber es ist irgendwie gegangen. Aber die Zertifikatspflicht, wenn wir da die Zerperateure an der Pfasnacht stellen müssten und alle kontrollieren müssen, und wir haben 18 Stunden offen, also wir persönlich können das nicht machen, dann müssen wir ein Securitas haben, ein Securitas 18 Stunden, das weisst du selber, der kostet fast so viel wie drei, die an der Bar arbeiten in dieser Zeit. Und das könnten wir uns gar nicht leisten. Also wir haben mit den Pfasnacht-Leuten zum Beispiel mal eine Idee gebrünzelt und gesagt, weisst du, wenn das denn wäre, dann wüsste ich dir ja, wie viele Beizen das würde mitmachen. Und dann stellen wir doch irgendwie auf vier, fünf Plätze einen Wagen her, wo ihr Bandali rausgehend und dort das Zertifikat schaue und die mit den Bandali könnten dann in die Beizen rein. Dann hätten wir das weg und könnten einfach die Leute mit den Bandali, die wären kontrolliert, wie an einem Fussballmatch könnten wir reinlassen. So könnte ich mir das vorstellen, aber alles andere nicht. Aber was dann zum Beispiel in der Stadtdinnen abging mit den Guckermusiken und so, ganz ehrlich, wenn sich das Ganze nicht bessert und wenn es so ist, kann ich mir nicht vorstellen, was die Pfasnacht ist. Sprechen wir noch etwas ganz anderes an. Du hast vorhin eben gesagt, du redest schon mit anderen Beizen. Das beidrückt mich eigentlich immer. Du bist auf Social Media unterwegs und ich schaue einmal deine Posts an. Da merkt man eigentlich, dass du weit über deinen eigenen Tellerrand hinaus schaust. Du tust zum Beispiel Angebot von anderen Beizen posten und sagst, geh doch dort hin, quasi deine direkten Mitbewerber. Und du bist auch regelmässig Gast bei deinen Mitbewerbern oder eben auch anderen kulturellen Anlässe. Ist das vielleicht irgendwie auch der Erfolg von deiner Bar, weil du unglaublich offen bist? Also ich finde, wenn nicht einer gerade da in der gleichen Gasse sind oder bei uns bei der Burger Street, wo ich so gerne sage, genau das Gleiche macht wie wir, dann ist das nicht irgendeine Konkurrenz, sondern es ist ein Mitbewerber. Und ich bringe immer wieder das Beispiel von der Karli-Betriebe, also Hotel Astoria angekommen und sage den Leuten, die mir sagen, du schau, jetzt passiert da etwas und findest das nicht, das ist ein Scheiss für dich. Dann sage ich, lass jetzt den Karli werden geheissen. Ich weiss den Vornamen nicht mehr, kommt mir gar nicht mehr in den Sinn, sorry. Der hat neben seiner Bar eine andere Bar und neben seiner Diskothek eine andere Diskothek gehabt. Und wenn das nicht funktionieren würde, das ist ein sehr gewitzter Geschäftsmann, dann hätte er das nicht gemacht. Weil die Leute gehen nicht wegen einer Lokalität in ein Quartier. Wir wollen, dass irgendwo etwas läuft. Wenn du irgendwo in den Ausgang gehst, wenn du irgendwo essen gehst, dann gehst du vielleicht essen irgendwie nebenher raus, aber wenn du in eine Bar oder so gehst, dann gehst du an einen Ort, wo du zu Fuss an den nächsten Ort gehst. Du bleibst nicht den ganzen Abend am gleichen Ort, du willst deslozieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Im Kulturellen ist es auch wichtig, dass wir den Austausch untereinander haben. Ich gehe gerne in eine andere Bar oder in ein anderes Konzertlokal, weil ich möchte schauen, wie machen die das, wie läuft das. Und ich gebe gerne meine Erfahrungen auch an Junge weiter. Ein Beispiel ist in Ascona eine Bluesbar, wo das führt. Das war ein Gast von hier, der das jetzt übernommen hat vor zwei, drei Jahren. Und da hast du mich alles gefragt, wie machst du das, wie hast du das gemacht, wie machst du das mit den Eintritten, mit den Übernachtungen. Und er führt das einigermassen gleich, wie ich jetzt dort unten. Wir haben teilweise die gleichen Musiker, die bei ihm spielen und da. Logisch, Ascona ist weiter weg, als wenn es jetzt da in der Bandstrasse wäre. Aber ich gebe das gerne weiter, weil es ist ja schön, wenn Kultur weiterleben kann, wenn man das weitergeben kann. Und ich mache da innen ein bisschen Oldschool-Kultur. Also die Sachen, da innen läuft auch ein DJ, der Rockmusik ablädt und so. Aber es hat ja alles gleiche Fundamente. Und ich finde, man sollte Erfahrungen weitergeben können. Wir sind auch schon auf die Schnauze gefallen und das machen auch Junge. Aber man lernt ja voneinander. Und man lernt noch voneinander, wenn man miteinander redet. Und das Gute ist ja, wenn du mal in Ascona bist, du weisst, wo du günstig ein Bier bekommst, oder? Das ist so. Also das letzte Mal habe ich Flasche Rosé bekommen. Du warst 60, aber es ist immer noch irgendwie Rock'n'Roll, oder? Du bist auf Trabe und voller Energie. Was hält dich jung? Ja, also zum ersten Mal sicher meine Frau. Sie ist 40 Jahre jünger als ich. Und wir sind schon 30 Jahre zusammen und das halten mich jung. Und wir ergänzen uns sensationell. Ich bin kein Eimanschau da innen. Das muss ich da jetzt abbetonen, weil ich bin der, der eben Konzerte organisiert. Ich bin der, der ein grosses Netzwerk hat. Aber meine Frau hat die Medipatenz. Meine Frau kommt von den Finanzen her, hat früher auf der Gemeinde und auf der Stadt gearbeitet. Sie hat alles mit den Bewilligungen. Sie macht Buchhaltung selber. Also sie könnte wahrscheinlich nicht ohne mich die Bahn führen und ich nicht ohne sie. Und also da inne haltet uns das gemeinsame Jung. Und das andere ist einfach das ganze Umfeld. Ich glaube sowieso die Leute, die unterwegs sind, die Leute, die eben auch Kultur besuchen, das ist wahnsinnig wichtig. Leute, die mit anderen diskutieren, die sich informieren, die bleiben jung. Leute, die eher im Schneckenhaus zu Hause bleiben oder die halt am Abend noch einen neuen Fernseher schauen und die Füsse zuheben, die werden alt. Ich sehe das bei gewissen Leuten, die ich mitten in der Schule war. Wenn die hier noch mal als Gast kommen, dann hat meine Frau schon gesagt, das könnte mein Vater sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen an der Gene und das andere ist, wie man sich bewegt. Ich glaube, du Christian, du siehst auch nicht alt aus, sondern du bist zwar ein bisschen jünger als ich, aber du siehst auch noch relativ jugendlich aus. Aber du hast ein ähnliches Umfeld, du machst ja auch Kultur, du bist um die Leute herum, du interessiert den Haufen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die man kann machen. Ja und es gibt bessere Gräume heutzutage als früher. Ja, das gibt es ganz sicher auch. Schliessen wir den Kreis noch mit dem Radio noch einmal. Ich kenne zwar die Antwort schon, aber trotzdem, als du beim Radio gewesen bist, hast du schon mal früh auf müssen, oder? Jetzt, wo die Bar hast, ein bisschen ins Gegenteil. Was hast du lieber? Also ich bin eher ein Nachtmensch für einen Ausgang und zum Arbeiten. Aber ich muss schon sagen, je älter als ich weder, desto mehr habe ich seine innere Bettflucht. Juppi, vielen Dank für das Gespräch. Viel Durchhaltevermögen und weiter viel Energie. Das war eine weitere Folge von «Albis erfragt». Wir hören uns. Tschau zusammen. Tschau zusammen.